Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Ferkate Evo in Thüringen. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt den schwarzen Leer kriegen, dass wir den hier vorbeifahren lassen können. Das wäre nämlich ganz gut. Eigentlich müsste die sich beide mit Deutsch, ich muss da mal kurz eingreifen. Den muss ich auch noch vorbeilassen. Ein bisschen vorlauf lassen. Immer mal Platz schaffen. Das ist unbedingt streiten. Wie gesagt, wir brauchen den ein bisschen, wir gönnen den ein bisschen Vorsprung. Eigentlich sollte er ungefähr 100 Meter Abstand halten. Er hat doch nicht stehen, der Bruder. Aber später sind dann, wenn er leer ist, wenn er voll ist. Wir müssen mal kurz kommen um den Umkaufentwurfwagen hier. Der fährt wieder zum Vollbachen. Kurz entlassen. Wir müssen mal gucken, ob das eingestellt ist mit Pflankenschutzmittel. Ja, man muss auch weiterfahren. Wenn da steht Pflankenschutz, dann nimmt er nur das auf, aber kein Dünger. Äh, unbekehrt. Da ich aber nicht mit flüssig Düngen tue, kann er das zum Glück nicht tun. Dann müsste ich jedes Mal anleeren, manuell. Aber jedes Mal stellt er sich automatisch zurück auf Pflankenschutz. Kurz schauen, ob er das entsprechend aufnimmt. Weil der Kurs ist so berechnet eigentlich, dass er, egal wer fährt, auch Kalk und Dünger und Dünger und Anschluss auch noch bekannt. Gut, das klappt schon mal. Das ist... Top! Jetzt können wir uns um die Anaktion kümmern. Der erste... Sprengen wir raus. Und laufen mal kurz am Taktor und entladen mal den schwarzen. Wehtrascher. Das... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Wettbewerb. Vorsprung. Jetzt werden wir mal den Traktor entsprechend wegbringen. Wir können zwar den roten jetzt leer machen, aber da wird er sofort wieder aufholen und das wäre nicht so gut. Wir fahren jetzt mal zum Hof zum Abladen. Da auch eine Ecke mit Gras, das ist gut so. Entsprechend schnell sein. Weil Weizen oder Geäste hat sehr viel Ladung, also sehr hoher Trag. Das müsste jetzt Mittwochfolge sein. Notzeit halb sieben. Abtanken. Beginnen wir mit Aufzeichnungen. Das Johnsteak war alles Unkraut. Gerade auf den Angel drauf hier. Aber gut, das ist halt so. Flott, aber nicht zu flott. Normalerweise müssten wir hier zwei Fahrzeuge fahren lassen. Aber das ist hier nichts zu empfehlen. Praktisch gar nicht möglich, so eng. Oh, keine Leistung. Muss ich hier aber den einen Mod rausnehmen hier. Mit den Gewichten. Na super. Kommt's hier zu nix. Ich muss immer fahren, das geht doch gar nicht. Faktor ist so schwach. Und dann wird kleine Hänge ich in hier. Warum hat er durchdrehende Reifen? Jetzt gucken. Jetzt gucken, genau. Einfach mal den Kurs fertig machen, das ist die Wichtige. Das ist viel wichtiger, dass wir da mal vorwärts kommen. Wenn das dauert nicht mehr lange, ist es hier auch reif. Dann haben wir die Arschkader. An Führung sein. Die B-Grabber noch kommen. 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 Äh, fertig. Wer hat durch Tränen reisen? Wer hat durch Tränen reisen? Äh, weil der Kurs zu blöd ist, anfühls zu sagen. Der Kurs ist nicht blöd, er ist von mir eingestellt. Ups. Aufholen, ja, genau. So. Oh, ein Ding. Ah, es kann sein, wenn einer noch gefahren ist. Oder auch nicht. Warte, nun. Ach so. Weil er fast voll ist. Warte, jetzt zurück. Wollen wir mal ganz gucken, hier wird er gemacht. Na gut, ist ja fast durch. Na gut, ist ja fast durch. Wurste eigentlich anhalten. Eigentlich. Okay. Lassen. Rechts. Rechts. Wurde. Wurde. Aufholen. Aufholen. Ebenen kurz den Kurs speichern. Und dann machen wir gleich manuell, weil das kriegt der nicht hin, zwischen den beiden zu unterscheiden. Zu weit weg. Ich will noch den LKW holen und dann ein bisschen selber mitfahren. Geht schon irgendwie, ne? Zeit 16, das ist wahnsinnig. Ich glaube jetzt 20 Uhr mache ich das. Zurück fahren. Also genau den Augenblick fährt er rüber. Einstellen. Geht mir, nicht dir. Da geht Gas im Aufholen, ne? Gut, das klappt. So, wunderbar. Das soll's für heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wurde mich freuen auf eurem Wiedersehen. Geht dir mein Abo. Sonst sieht man sich. Kaufen wir nicht zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.